Thomas Neumann ist ein deutscher Schauspieler. Leben Thomas Neumann erhielt eine Schauspielausbildung von 1964 bis 1967 an der staatlichen Schauspielschule Berlin-Niederschöneweide. Danach folgten Theater-Engagements an den Bühnen am Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, am Theater Brandenburg, am Hans-Otto-Theater und am Deutschen Theater Berlin. Seinen ersten Filmauftritt hatte er 1967 im DEFA-Film Brennende Ruhr, Filmografie, 1967, Brennende Ruhr, 1971, Kennen Sie Urban, 1971, Du und ich und Klein Paris, 1974, Der Leutnant vom Schwanen-Kiez, 1975, Lotte in Weimar, 1976, Das Licht auf dem Galgen, 1977. Ein irrer Duft von frischem Heu, 1977, Feuer unter Deck, 1977, Die Überquerung des Niagara-Falls, 1979, Einfachblumen aufs Dach, 1979, Nachtspiele, 1981, 1988, Still, Jetup und Büll, 1980, Solo-Serny, 1980, Glück im Hinterhaus, 1987, Stielke Heinz, 15, 1988, Das Herz des Piraten, 1988, Die Entfernung zwischen dir und mir und ihr, 1994, Tatort Singvogel, 1995, Der Trinker, 1997, Raus aus der Haut, 1998, Abgehauen, 1999, Polizei Ruf 110 Mörderkind, 2004, Was nützt die Liebe in Gedanken, 2005, Tatort Wo ist Max Grawert, 2009, Whisky mit Wodka, 2010, Polizei Ruf 110 Fremde im Spiegel, 2010, Tatort Der letzte Patient, 2011, Tatort Edel sei der Mensch und gesund, 2015, Der Kriminalist im Namen des Vaters, Hörspiele, 1998, Michael Bulgakov, Der Meister und Margarita, Regie, Petra Meinburg, MDR, 2003, Dylan Thomas, Unter dem Milchwald, Regie, Götz Fritsch, 2004, Rolf Schneider, Die Affäre Dauberei, Regie, Walter Niklaus, 2006, Tom Polkert, der 5 Minuten Klassiker, Regie, Beate Roche, RBB, 2012, Mario Salazar, Alles Gold was glänzt, Regie, Robert Schön.